Die familiengeführte Heidkamp-Unternehmensgruppe ist als nachhaltig wachsendes und innovatives Bauunternehmen ein sicherer Arbeitgeber mit Hauptsitz in Herne-Wanne-Eickel und das bereits seit 130 Jahren. Richtungsweisende Pilotprojekte und Bauunternehmen jeglicher Größenordnung setzen wir hier in den Bereichen Erd- und Straßenbau, der Umwelttechnik und dem Rückenbau erfolgreich um. Vor der Haustür Hernes führen wir derzeit den Ausbau der A43 auf sechs Fahrspuren aus, wodurch die Leistungsfähigkeit dieser Autobahn für die Zukunft deutlich erhöht wird. Und davon werden die Herner Bürger in Zukunft profitieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017